Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Saints Row und in der letzten Folge sind wir stehen geblieben. Da haben wir noch den einen Auftrag abgeschlossen. Wir können direkt wieder bei den Aufträgen reinschauen und da erstmal weitermachen. Okay, wir müssen uns zum Museum begeben. Ich will dein Sicherheitsteam in Platz. Es ist deine Nacht, um zu schreien. Okay, das ist aber ein bisschen weiter weg, oder? Okay, hier oben. Na, über zwei Kilometer. Okay. Okay. ein motor zu fahren das macht schon wie echt bock so jemand um die kurve karte containern entdeckung ok also kann ich denke was finden oder so ich schau mal kurz aus hier suche ok das haben wir hier eine antiquität haben wir gefunden ok das ist geil haben wir wirklich ein bisschen geld bekommen ok das ist cool hier 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 so ein kilometer noch circa oh scheiße warte was ist da wieder irgendwas markiert wingsuits start ok wetterstation da hat wieder so ein wieder halt irgendwas also wo man wieder was finden kann und hier aber diese aktivität warte warte also das ist wie warte So, jetzt sind wir dann nicht da. Warte, was ist hier nochmal? Okay, wieder sowas. Okay, dann hier hin. Okay, dann hier, heute ist eine große Nacht, also... ...nobody wird es nicht. Du, äh, Johnson. Codex ist bereit für seine Entrennung? Roger, das ist in Position, und die DisplayCase Hover-Tech ist Green. Gut, ich liebe diese Tech-Tech. Danke, dass du hierher gekommen bist. Ich werde mit dem Boss beherren. Antonio spricht, sollte sich um diese sehr spezielle Celebration beherren. Bravo, Team. Wie geht's das? Uh, gut. A very dear place in my heart. I saw that. Just kidding, relax. I was a young intern at the National Council in Mexiko. And of course, thanks to each and every one of you. Your donations tonight will benefit the international effort to end illegal traffic... Okay, wir müssen da rühren. ... Mr. Marshall. Okay, wir müssen da rühren. Okay, wir müssen da rühren. You know, to save the planet. What do you think you're doing? You don't drink on duty. I'm following orders. Boss man told me to celebrate. Of course he did. You want a word of advice? Watch your step around Atticus. He only sees results. Ain't a problem. That's what I give him. Uh-huh. Hey, what happened to not drinking on duty? I'm not on duty. Have you ever met Atticus Marshall? Now there's a self-made man. Hey, Nina, I can't talk. I'm working security. That's why I'm calling. Los Panteros are about to try to take the Codex back. What? Are you sure? Yes, I'm driving getaway. I'd have called sooner, but I wasn't alone. Fuck. When? Nina, get off your phone. We're going in. Oh, shit. 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 Warte mal, ich habe mal eine Stunde hier. Ah, warte mal, was habe ich hier? Ich will andere Wart für dieses Geld. Oh, noch eine Rote. Und dann hier so eine Shotgun. Und das ist wahrscheinlich wieder... Also auch eine Shotgun. Alter. Boah, ich bin tot. Oh, scheiße. Da können wir auf dem Checkpoint neu starten. Okay, aber ich würde sagen, ich glaube, wir waren mal hier. Vielleicht nicht mit Deckung. Da kann ich eigentlich durchschießen. Ach, scheiße. Ja, warte, ich hole wieder Diros. Aber dann können die mich hier auch nicht treffen. Das ist eigentlich eh nicht gut. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen leer. Warte mal. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen leer. Jetzt haben wir etwas mitgenommen. Warte, hinter mir. da können wir den kodex finden boah noch mehr gar keine motion mehr scheiße getötet getötet durch die Cretaceous Exhibit. Niemand schau mal auf das Codex. Du bist dumm! Das Ort ist voll von Panteros! Es ist schneller. Ich kann ihn mitnehmen. Wealthy Parasites of Santo Eliso. The Idols have come to save you from yourselves. Make no mistake. We will take the Codex. We will kill you all. We will bring the gift of anarchy to Santo Eliso. We are the Idols. We will kill you all. We will kill you all. We will kill you all. Da oben. Von allen Seiten. Na ich davon hier vorne. Was ist das für ein guter Monument? 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 Wir wollen es nicht. 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 Es ist für ein ganzes neue Welt. Mit kein Pharaohs. Es ist keine Dämonen. Es ist nicht zu Sinnen. Es ist kein CTR und wir. Es ist aber wir. ah ich treff die da oben irgendwie nicht ja dort sind dann welche alter warte mal ich geh mal mal zurück vielleicht jetzt mal hier hin warte ah da kriegt er schon Treppen das war um gute Treppen und da oben sind noch welche ich glaub zwei stücke oder so da sind alle dann gehen wir hier mal weiter warte mal noch mehr wie noch oh keine Mission der Scheiße Warte, da habe ich noch zwei Ansicht Kugeln. Warte mal, glaube ich, hier noch um die Munition herum, wahrscheinlich. Da, nicht hier weiter. Alter Scheiße. Warte, warte noch kurz, als ich ihn mitnehmen. Ach so, ah, wir müssen hier hin. Jetzt gott ihr den Kodex. Das ist bisher ziemlich cool. Die Munition, wie soll. Warte mal, da oben. Das Scheiße. Das ist ein Kodex. Ach, Scheiße. Ah, jetzt ist er wieder ganz unten. Okay, ich stehe hier wieder nach oben. Das ist ein Kodex. Ich habe das Kodex separiert. Ich habe das Kodex separiert. Niemand hat Augen auf. Negativ. Ich habe nichts. Es ist nur Chaos hier. Scheiße. Die Tür ist blockiert. Ich brauche etwas, um das Garten zu spüren. Da, ich suche den Raum. Okay. Das hat Dynamit, gell? das ist nicht echt vielleicht ist hier irgendwo es warte mal da hinten die ist auch nicht echt warte mal vielleicht hier die Kanone das ist wahrscheinlich auch nicht echt benutzt die Kanone das ist ne echte da geht es sich hier auf und es kommt oder durch hier sind ein paar Gegner warte mal sollte ich eigentlich treffen wird die Hände in die Fels und die Hände in die Fels da oben sind immer richtig viele ah scheiß wieder so ein Starke da oben steht Warte mal, das müsste letzte sein, das ist eigentlich, das töten wir auch mal so Okay, dann weiter Ich bin so gut, dass ich mich selbst überraschere. Mein Koffer! Okay, dann hier weiter Das ist noch mehr, Gegner Oh, geiler Minigun Da kann man die Tür zerstören Und noch den paar Gegner wegholen Also warte, ich brauche nur den Minigun hier Achtung 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 Alter Scheiße Oh, geil Haben wir alle Ja Ja, ich weiß, ich habe ein kleines Messe in der Museum Aber wir müssen die große Bildung Wir haben die Angelegenheit Miss Star ist sicher Und wie Sie sehen, die Codex ist sicher Achtung 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 Beat Hey Oh, nur seht ihr meine Freizeit. Uh, meh. Later. So, wie sagen, das ist jetzt erstmal mit der Folge ausgefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.